Wow, ein Gummibärchen! Chris Gardner gab sein Bestes für seine Familie. Wir brauchen sowas nicht, Chris. Es ist überflüssig. Doch sein Bestes... Halt! Warten Sie! ...war nicht genug. Mann, ich habe zwei Fragen an Sie. Was machen Sie und wie machen Sie es? Ich bin Börsenmakler. Börsenmakler? Oh. Sie können meinen Wagen übers Wochenende behalten, aber am Montag brauche ich ihn wieder. Nicht die Parkour vergessen. Ich brauche die Miete. Ich kann nicht länger warten. Bis morgen früh sind Sie hier raus. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Ich hatte noch 21 Dollar auf meinem Konto. Es war meine letzte Chance, es jemals zu etwas zu bringen. Du musst mir vertrauen, okay? Ich vertraue dir. Ich bekomme einen besseren Job. Ich gebe Ihnen ein Bewerbungsformular für ein Praktikum. Die Arbeit wurde nicht bezahlt, aber es war die Chance auf einen neuen Anfang. Ist Mami wegen mir weggegangen? Mami ist weg, weil sie Mami ist. Du hattest nicht das Geringste damit zu tun. Dad, wo sollen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Letztes Jahr hat ein Praktikant im schriftlichen Teil 90 von 100 Punkten erreicht. Er wurde nicht genommen. Es geht nicht nur darum zu bestehen. Sie werfen doch jetzt nicht das Handtuch, oder? Jay sagt, Sie seien ziemlich entschlossen. Wo wollen Sie hin? Sie müssen in den Krankenhaus. Ich muss zur Arbeit. Aus einem von Ihnen hier wird etwas werden. Das Teil macht mich irre. Ich kann das. Das können Sie nicht. Keiner kann das. Wenn du einen Traum hast, dann musst du für ihn einstehen. Wenn andere was nicht können, dann sagen sie dir, du kannst es auch nicht. Wenn du was willst, dann nimm es dir. Punkt.